so wir stehen immer noch in dunkelheim wir ja ich wollte eigentlich warten bis kleiner hier in dunkelheim ist aber wir laufen schon mal in seine richtung ist ein elite mob ich habe mich alleine aber hier erhebt euch und greift zu den waffen bekommen eine monstrosität der untoten nähert sich auf der straße also ich werde nicht alleine gegen den jetzt kämpfen gucken wo er bleibt ich habe angst der ist so weit weg ja ein retail ist es so wenn man hier questet und dann erscheint kleiner direkt in dunkelheim das kann natürlich auch sein dass die hier vorne schon gegen den kämpfen du bleibst noch schön weg mein freund ich kann gerade keiner gebrauchen so wir bleiben am besten bleiben wir hier ich sag mal da kommt kleiner 35 er elite mob alleine mache ich gar nichts kraft jemand zuerst an erst die level 20 ich halte mich mal etwas hinten ich bin außer reichweite also die mob skalierung hier in classic sind einfach nur lächerlich wo 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 leute keine chance keine chance ja wir lassen die jetzt einfach mal wir haben einmal schaden bei ihm gemacht das müsste reichen und wenn sogar ein level 60 er probleme mit dem hat so war das darf ihn keiner plündern toll was hat die denn auf sich so wir haben ausdauer 32 dazu bekommen 1062 leben haben wir jetzt das ist fast das doppelt von dem was wir vor hatten gut wir laufen jetzt zurück hier zum friedhof ich muss jetzt mal gucken auf der suche nach der schatten gestalt ist da also in rahmen flucht blick zu den sternen walks in den wäldern er hat blick zu den sternen wir sind ja level ab geworden die mob stars in level 29 30 bei den organ könnte man noch mal machen weil ich habe jetzt auch keine lust ins sumpfland zu reisen oder arati hochland vorgebirge des zwiebel lands muss nicht unbedingt sein so und hier müssen wir zu wurde da ist er ist nämlich schattenhafte gestalt ja er ist der autor autor rückkehr zu zwängen kehrt mit das vollständigen tagebuch zu sven da wir eh schon in der nähe sind das ist eigentlich recht praktisch wir müssen vielleicht mal auf uns hier auch noch das drauf kann erhöht die intelligenz um sieben mit level 28 lernen wir dann den nächsten rang da sind es dann glaube ich 10 10 oder 12 so ihr könnt mich in ruhe lassen von euch kriege ich eh keine erfahrungspunkte mehr ich weiß noch damals zu ww zeiten ich habe keine ahnung drei tage lang jeden tag vier stunden im schlingenden tal mit meinem jäger nur gorillas gekillt habe die kürchen hat einfach nur um es einfacher haben einfacher zu haben beim questen weil es ist schon schwer so bewährungsprobe vernichtet 15 skeletträuber 3 skelett heiler sowie 3 skelett werter und kehrt danach zu wenn sie ihren ehrenfreund wir müssen ja direkt hier können wir auch machen da oben du bleibst weg davon die will ich gerade noch so ep kriegen hier oben sind ja die ganzen skeletträuber und so weiter können wir doch machen oder so hallöchen skeletträuber was heiler und werter brauchen wir auch ok so da drüben das ist an skelett heiler wo sind skelett werter die stehen glaube ich hier oben vor der hütte oder sind die hier unten naja wir kriegen jetzt erstmal hier draußen ein bisschen so der da ziehe mich in sicht so das ist doch schön so skeletträuber ja hier sieht man sehr schlecht hier oben die magie ist stark ganz ehrlich die gehen wir auf den sack hier mit der wo kommt denn der trottel jetzt her und direkt noch eine krankheit drauf gekriegt alter da ist skeletträuber und das müssen uns nix zu machen dieser zauber ist ja hier oben muss man halt aufpassen dass einem mörder die mich zu nahe kommt so dass uns gewisse räuber skeletträuber wo sind denn diese blöden skelettwäschter kann ich noch nicht nicht ja 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 er steht schön nach hinten gucken das kaputt das geteilt heiler das ist das skeletträuber ja die musik hier gefällt mir nicht die ist so bedrohlich so hier ist ein haus skeletträuber die stehen aber ziemlich nah beieinander wir drängen mal kurz und dann können wir den hier an wenn dann der andere mit rauskommt ist es nicht ganz so schlimm wenn wir volles leben und volle 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 mal haben so kann man wenigstens rein gucken so und da kommt morladim und da kommt morladim und da kommt morladim naja geht wieder weg kommt da normalerweise kommt er immer bis hier oben hin ich muss mal kurz gucken bewährung das geht hier gar nicht bewährungsprobe morben fell ne steht nicht da wo die sind wir gehen hier oben weg ja das ist mir auch zu blöd mit dem wie wir sehen können da ist morladim und wir müssen einmal hier rüber am besten bleibt schön von hier drüben weg nach freund so sehr schön gut wir stellen uns einmal kurz da drüben hin also hier drüben müssen wir eigentlich sicher sein erstmal was das schrecken brauchen wir nicht gut wir machen dann morgen weiter